Halt den Wolf! Ja, wir wollen gewinnen! Darum sind wir schon weit gekommen. Ja, die Wolke ist sehr abwechslungsreich. Die Streckeführung ist sehr gut geworden. Ich denke dann auch, das war sehr interessant. Ich hatte eine kurze Limitele-Frigur. Und noch nicht mehr fliegen. Ja, ich weiß nicht. Es ist ja eine sehr gute Reiserhilfe. Ich bin der Lufu. 2012 ist eine neue Provocale für alle Reiser. Es ist ein Konkurs, der wir uns sehr viel zu haben. Wir haben immer ein Konkurs, der wir uns auf alle Punkte haben. Wir sind sehr sehr stolz von internationalen und sehr stolz von internationalen. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir uns in der Land eine gewisse Ebene zu machen. Ja, das Rennen ist berühmt, berüchtigt und wer das Extreme will, kommt halt hierher und hier sind wahrscheinlich nur gute Leute am Start. Welchen Ruf hat Jahnke Wolff in Deutschland? Dass der extrem ist, auf jeden Fall noch besser wie in Deutschland. Nicht so langweilig. Wohntag in Alina? No fear? Na, für mich. Ja, das in Beishara ist auf jeden Fall noch eine Stufe extremer, noch von der Landschaft, noch gigantischer. Ich kann Ihnen vorstellen, mehr geht nicht. Das ist wirklich das Beste, was ich bis jetzt erlebt habe. Das ist wirklich das Beste. Das ist wirklich das Beste. Dase, speak the truth, or make your peace, I'm on the way, oh yeah, yeah, I never knew, but I believe that you're trusting me, all will speak to me. Criat Cast Desulde greu, greu. Unele urcării, nu mă așteptam să fie așa grele. Da, i-am dat înainte. Hai sănui în mod... Da, cam asta se poate spune după o zi de hard-endură. Ce-i apoi? Sehen auch von mir. Auf die 3 Uhr an der Schantapp sparte ich warte bei Fatsa. Hast du es? A little bit, I fall, but very nice. Beautiful, fantastic. Seitlich weigen runter, rutschig wie so vom Regen. Arschweg gegangen, abgesprungen, kriegst du den Baum angelehnt. Ja, halb schon schlimm, oder? Ja, runterbewegen, dann gehts wieder. Super. Kaputt. Du hast das Ding so extrem gemacht, das ist der extremste. Das ist hier schon brutal. Ich dachte schon mal aufhören, weil das war ja richtig pervers. Also es geht nicht mehr. Etwas, das ist das Brutalste, was es gibt. Tut mir leid. Also einer soll mal sagen, der vom Fahrer soll hierher kommen, sich das angucken und dann soll es mal den Maul aufreißen und hinterher sagen, ob das extremer gibt. Den möchte ich mal sehen. Dankeschön. Dankeschön. Und I'll execute every motherfucking last one of you!